Herzlich Willkommen auf der Saatalks und ich wollte euch nun mal kurz den Douglas Aparttimer Sammelschubber zeigen, da kam jetzt nur ein Karton, ein bisschen eingewickelt von Papier, also gibt es da jetzt nicht so viel zum auspacken, aber ja, so sieht er aus, der gute Saatalks ist persönlich vorne drauf und die Helden, dann hier noch der Text, worum es überhaupt geht in der Saatalks und dann stehen hier unten noch die technischen Daten drauf. Da finden nämlich die Volumes 1-4 Platz, also insgesamt die 13 Episoden sind ca. 312 Minuten, Sprache und Deutsch-Japanisch, die Unboxings dazu habe ich auch schon veröffentlicht, verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Das hier ist der reguläre Schubber, wo man auch die Komplett Edition kaufen kann, aber dadurch, dass ich die Volumes ja schon habe, brauche ich die nicht nochmal und die finden, wie soll es denn auch anders sein, idealerweise perfekt Platz hier drin. Und dann bin ich auch schon mit dem kurzen Mieter durch, bedanke mich fürs Zusehen, ciao und bis zum nächsten Mal.